In einem schönen, natürlichen Umfeld zu leben, das ist der Traum vieler Menschen. Seit 50 Jahren widmen wir uns dieser Aufgabe mit Leidenschaft und verwirklichen ihre Sehnsucht, individuell und kreativ. Wir gestalten lebendige Natur, sowohl in großen als auch in kleinen Gartenräumen. Dadurch schaffen wir grüne Oasen zum Erholen und Genießen. Die Kombinationsvielfalt von schönen Pflanzen, Materialien wie Stein, Holz oder Stahl und nicht zuletzt dem Element Wasser schafft eine einmalige Atmosphäre. So entstehen unsere Gärten, traumhaft gestaltet und mit viel handwerklichem Geschick ausgeführt. Musik Sie wünschen eine Auffrischung oder eine Stilveränderung Ihres bestehenden Lebens? Auch da helfen wir Ihnen von Anfang an. Vom ersten Gespräch, der Planung, über die baulichen Veränderungen bis hin zur passenden Bepflanzung. Mit unseren kreativen Ideen sind dem Gestaltungsspielraum kaum Grenzen gesetzt. Musik Damit Ihre Gartenanlage das ganze Jahr über gut gepflegt ist, muss man die Bedürfnisse jeder Pflanze von Natur aus kennen. Wir haben die nötige Erfahrung und kümmern uns verantwortungsbewusst um alle Pflegemaßnahmen. Musik Seit vielen Jahren hegen und pflegen wir mit Erfolg auch zahlreiche Außenanlagen von renommierten Unternehmen. Zudem sind wir sofort zur Stelle, wenn unsere Ratschläge und landschaftsgärtnerischen Leistungen benötigt werden. Immer auf der Suche nach den besten Lösungen für Ihre Vorstellungen und Wünsche. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot. Wertvolle Tipps und Anregungen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.autenriedgalabau.de Autenried – Garten- und Landschaftsbau – Wir verwirklichen Ihre Gartenträume. WDR 2022 www.autenriedgalabau.de Ruhe und Anregungen WDR 2022 WDR 2022 WDR 2022